Howdy Survivalists und ein Hallo an alle. Jo, da sind wir wieder in 7 Days to Die. Ich wollte gerade sagen 2nd Day. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Also wir sind ja hier in diesem Bunker drin. Und ich werde jetzt erstmal den ganzen Quatsch, den wir hier haben. Frisch Nahrungsmittel. Und ganze Gedöns. Habe ich keine Hose an? Den ganzen Gedöns werde ich jetzt erstmal hier ablegen. Das Moped werde ich auch frei machen. Alles hier rein. Weg damit. Zack. Halt die Federn. Machen wir mal gerade Pfeile. Wege das Assek. Das behalten wir. Den Hut behalten wir. Dann. Das, das, das. Lassen wir alles. Lassen wir alles. Oh. 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 Der Blutbrügel! Der Blutbrügel! Oh, come on. Was ist das? Klinge Drechselbüte. Ja, je mehr von diesen Viechern hier liegen... Je mehr von diesen Viechern hier liegen... Je mehr Viecher kommen auch hier an, daher... Sortieren kann ich das alles später... Ich bin bald mal hier... Rüber... 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 Hier... Zack... Zack... Das... Alles weg... Klinge... Knochen wie immer weg... Die Lambda... Okay... Das kommt auch noch um... Da müssen wir eigentlich nur das Moped frei machen... Nein... Das sieht so aus... Water... Drink... Du ach Mal... As durchsägen... Hier... Das ist doch... Ich bin bereit für einen Torte... Ich bin bereit für eine Torte... Ja... Ich bin bereit für eine Torte... Es ist nicht bereit für eine Torte... Das war's für heute. Sooo... Heil nei... Das gibt nachher noch eine Sotiverei... ...der Leckum hier... Okay... Gönnig noch... Gönnig noch... Gönnig noch... Gönnig noch... ...mhm... Ich hab, glaub ich, einen ziemlich beschissenen Motor drin, ne, wenn das so langsam ist... Ist... na egal... Irgendwie werden wir schon... ... nach Hause kommen... ... nach Hause kommen... ... nach Hause kommen... Ja, 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 ja... Ich würde ja eigentlich auch querfeldein fahren, aber dafür ist die Karte zu wenig aufgedeckt. Und ich habe eigentlich ganz wenig Lust, mit dem Moped ins Wasser zu fahren. Ich komme dann zwar raus, aber dafür muss ich das Moped halt eben wieder zerlegen und da habe ich also keine Lust drauf. Tagsüber soll das kein großes Problem sein. Oh, was ist das? Das ist ein Vor. Da gibt es coole Sachen. Müssen wir aber tagsüber hinfahren. Das ist ja geil, ey. Nachts entdeckt man manchmal die besten Sachen. Ich weiß gar nicht die wievielte Folge, das ist jetzt so die 21. Folge. Ich würde mal sagen, ja. Uh, no. Da wäre ja nichts. Das ist verrückt, glaube ich. Napول zu 13. Hm... Definitiv nicht. das vor das werden wir auf jeden fall rein das ist genial das ist wie so eine kleine kaserne aufgebaut halt eben wirklich sehr gut stimmt das ist das das hotel mit dieser werkstatt wo er dann uns noch mit spät eingedeckt hat geflastert mit leichen d der motor ist echt schlecht hier drin ist, ey. Aber egal. Wir kommen damit auch an. Also ich will jetzt hier keinesfalls den Mofa-Simulator spielen. Aber so ist es leider. Jetzt sind wir die ganze Nacht durchgefahren. Äh. Heute Nacht kommt danach das Blutmond. Ich glaube, da werden wir dann noch eine Nacht, die Nacht, die werden wir dann noch in dem alten Lager verbleiben. Sonst können die ja dann ruhig kurz und klein kloppen. Und, äh. Genauso machen wir es. Heute Nacht ist Blutmond. Da bleiben wir dann noch in dem alten Lager. Packen schon mal unsere ganzen Klamotten tagsüber. Und, äh, ja. Bringen dann übermorgen unsere Sachen nach, äh, in unsere neue Basis. Ich weiß nicht, warum die Kiste... Ja, die Kiste hat keinen guten Motor drin. Das ist das Problem. Gleich sind wir ja da. Gleich sind wir da. Ja, bleib doch liegen. Bleib doch liegen. Ihr braucht doch nicht aufstehen. Jo, da sind wir schon zu Hause. Also in unserem alten Zuhause. Boah. Boah. Und dann geht es weiter. Na guttasin Na guttasin Na kom Aira Oh, sorry. Oh, komm. Holz werden wir hacken. Auf jeden Fall Holz hacken. Wir brauchen nämlich viel Holz. Ich bin so geimpft, man sehen. Die werden wir jetzt gar nicht mehr groß looten. So. Holz nehmen wir auf jeden Fall mit. Die sind wirklich gut, da gibt noch viel Holz draus. Ja, wir brauchen viel Holz. Betonmischer und so ein Gedön. Das hatten wir schon alles, ne? In der Werkstatt oben. Ja, ja. Werkbank, Betonmischer und Chemiezeugs. Hatten wir so ein Chemieding? Aber da ist eine Apotheke in der Stadt. Da kriegen wir dann noch so ein Chemieding her. Apa Kupfer? Neugierter? 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 Zum! dann haben wir nämlich endlich das so einen noch die jungen bäume lassen wir dann jetzt mal weg einfach so 5000 holz sehr gut 18 bäume auch gut also wieder hier unten rein wie haben wir das denn so gucken wir mal hier oben was wir hier oben haben noch ein zwei ach du schmize ach du schmize zuck 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 ok zuck alles raus clay alles raus den rest machen wir auch hier oben raus hier haben wir nichts jetzt scheiße vor ihm die dungel schatten noch keinen und dann